Wir haben es bisher ganz gut in den Griff gekriegt, unserem Computer schon die ersten Befehle zu geben. Wir hatten ja dafür gesorgt, dass wir Zeichenketten, also Text an die Konsole ausgeben. Das haben wir instinktiv so gemacht, wie es hier steht. Die Zeichenkette selber, möglicherweise habt ihr von mir einfach abgeschrieben, hier mit den Gänsefüßchen als umschließende Zeichen. Wenn man nämlich das Ganze versucht, einfach mal drauf loszuschreiben, mache ich einfach mal weg und schreibe Hallo Welt ohne diese Anführungsstriche, dann kriegen wir, wie eben schon gelernt, diese Syntaxfehler hier. Hier steht jetzt, Hallo kennt das System nicht. Es lässt also den Schluss nahe, dass wenn man diese Gänsefüßchen weglässt, dass der Computer versucht, mit diesem Hallo irgendwas anzufangen und es als irgendein Befehl oder irgendein Begriff, den er kennen sollte, wie zum Beispiel die Keywords, zu interpretieren. Da das aber nicht der Fall ist, da das von uns eine frei definierte Zeichenkette ist, packt man das Ganze in diese Hochkommas, oder nicht die Hochkommas, Hochkommas stimmt nicht, das wäre was anderes, in die Gänsefüßchen. Gänsefüßchen, das kann man sich jetzt einfach mal so merken, sind die Möglichkeit, um beliebige Zeichenketten in unserem Quellcode zu hinterlegen. Jetzt gibt es aber da noch ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel die Möglichkeit, dass ich hier einfach mal eine Zahl beispielsweise eintrage. Wenn ich die Zeile entferne, dann habe ich hier nur noch ein Konsole.write und in den Klammern eine Zahl ohne Anführungsstriche. Ganz wichtig. Und wenn ich das Ganze ausführe, dann werde ich feststellen, dass der Computer trotzdem diese Zahl richtig dahin schreibt. Das funktioniert also. Das heißt, Zahlen müssen irgendwie nicht in diese Gänsefüßchen rein. Jetzt geht es sogar noch weiter. Ich kann nämlich hier vollständige Ausdrücke, so heißt das, also vollständige Operationen und Berechnungen in meinem Quellcode direkt, ohne dass ich das irgendwie einführen muss, durchführen. Also ich kann hier die 67 plus 32 machen. Und jetzt kommt eben nicht 67 und 32 an der Konsole, sondern der Computer rechnet mir das aus und gibt es dann an die Konsole weiter. Das liegt ein bisschen daran, dass wir an der Stelle jetzt einen Ausdruck im Ausdruck verwenden, sozusagen. Also eine mathematische Berechnung, die zuerst ausgeführt wird, bevor die ganze Sache an die Konsole ausgegeben wird. So. Würde ich das Ganze einfach mal zum Gegensatz beides in diese Gänsefüßchen packen und das Ganze ausführen, das funktioniert nämlich auch, dann bekomme ich ein komplett anderes Ergebnis. Jetzt kommt nämlich die 67 und die 32 einfach hintereinander, ohne dass da irgendwas ausgerechnet wird. Das heißt für uns jetzt im Umkehrschluss, für den Computer ist es wichtig, in welcher Form ich die Informationen, die ich an die Konsole ausgeben möchte, hinschreibe. In einem Fall, wenn es sich um Zeichenketten handelt, also wenn ich möchte, dass der Computer es genauso ausgibt, wie ich es da hinschreibe, mache ich das Ganze in Gänsefüßchen. Wenn ich aber möchte, dass der Computer damit noch arbeitet und mir vielleicht eine andere Sache ausrechnet, das kann dann natürlich auch gerne noch mit einer Multiplikation sein, das Ganze lässt sich dann übrigens auch wie bei einer mathematischen Formel, wie wir es im Matheunterricht gelernt haben, klammern. Also ich kann auch diese Begrifflichkeiten und Formeln, wie ich sie hier hinschreibe, durchaus wesentlich komplexer. Die Komplexität kann beliebig groß sein und beliebig ist beliebig. Also ich kann hier eine wirklich sehr, sehr umfangreiche Formel reinschreiben. Das alles wird zuerst ausgerechnet, bevor es dann an die Konsole ausgegeben wird. Jetzt haben wir das Ganze erstmal addiert. Wir haben hier also eine 99 rausgekriegt, dann mit 2 multipliziert. Das Ergebnis 198 wird an die Konsole ausgegeben. Das heißt, der Computer geht mit unterschiedlichen Schreibweisen unterschiedlich mit den Informationen um. Und das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, weil wir soeben nämlich rausgefunden haben, dass der Computer Daten unterschiedlich behandelt. Und man spricht da im Allgemeinen von unterschiedlichen Datentypen. Also wir verpacken unsere Daten in unterschiedliche Formate, um unterschiedlich damit umzugehen. Bisher haben wir kennengelernt die Zeichenkette, also das, was dann in den Gänsefüßchen steht. Und wir haben außerdem kennengelernt die Zahl. Um genau zu sein, die ganze Zahl, also die gerundet auf eine natürliche Zahl, also gerundet, ihr wisst schon, eine natürliche Zahl eben, hier in den Quelltext direkt reingeschrieben wird. Auch eine wichtige Erkenntnis. In der nächsten Lektion werden wir nämlich kennenlernen, wie man das Ganze dynamisch macht. Für das Erste schreiben wir das aber alles hardcodiert, also so wie man es im Quelltext vorfindet, in den Quelltext rein. Jetzt können wir noch einen Schritt weiter gehen und sagen, okay, im Moment arbeiten wir mit Ganzzahlen, aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, auch im Computer, dass wir mit sogenannten Fließkommazahlen, also Kommazahlen umgehen möchten. Also wenn ich jetzt eine 3 mit nicht einer 2, sondern eine 1,5 multiplizieren will, dann habe ich die Möglichkeit, das auch hier zu tun. Hier ein kleiner Fallstrick für alle, die in Deutschland groß geworden sind. In der deutschen Mathematik oder überhaupt in der deutschen Schreibweise schreibt man den Dezimaltrenner, beziehungsweise das Komma, das die Kommastellen vom eigentlichen Ganzzahlbereich trennt, mit einem Komma. Also wenn ich 1,5 auf dem Papier schreiben möchte, ich spreche ja auch schon Komma, würde ich das eigentlich so schreiben. Das wird vom Rechner aber nicht verstanden, ganz, ganz wichtig. Möchte man eine sogenannte Fließkommazahl im Rechner schreiben, dann macht man an der Stelle einen Punkt hin. Also auch wenn man dann mit größeren Zahlen arbeitet, meinetwegen diese hier, gibt es im Quelltext keine Trenner zwischen den Tausendern. Also man kann jetzt hier nicht einfach Pünktchen machen, das wird so nicht funktionieren. Im Rechner drinnen bitte immer vollständige Ganzzahlbereiche, Punkt und die Nachkommastellen. So, und wenn ich das hier durchführe, machen wir mal ein bisschen weniger, damit das nicht so krass ist, dann kann ich das hier ausführen und habe jetzt das Ergebnis, eben die 1000,5 multipliziert mit 3 und kriege hier 3001,5. Das ist das richtige Ergebnis dieser Multiplikation. Das funktioniert also und hier nach der kleine Augenmerk, hier wird es dann wieder mit einem Komma geschrieben. Das liegt daran, dass die Entwicklungsumgebung bzw. das Programm erkennt, dass wir auf einem deutschen Computer unterwegs sind, mit einem System, das in deutscher Sprache betrieben wird und da wird es dann automatisch in richtiger Formatierung ausgegeben, nämlich in dem Fall mit einem Komma. Das können wir ändern, kommt später noch vorerst für uns, aber die wichtige Erkenntnis. Neben den Zeichenketten, den sogenannten Strings, also merken bitte, Schlüsselwort String, das haben wir hier übrigens auch, gibt es noch die Ganzzahlen, das wäre in dem Fall diese 3. Man spricht im Computer dann auch von einem sogenannten Integer und es gibt dann noch weitere Datentypen, hier zum Beispiel die Kommazahl, in dem Fall spricht man von einem Double und da gibt es noch viele, viele, viele mehr, die werden wir auch in den kommenden Lektionen noch kennenlernen, für uns jetzt erstmal wichtig, diese 3 sind jetzt die, mit denen wir in Zukunft arbeiten werden. Vielen Dank.